Moin Moin! Wie geht's, wie steht's? Allen einen schönen guten Morgen. Ja, ein bisschen zu doll rasiert. Oh ne, also so an sich geht es immer, aber irgendwie hier durch die Kamera, ich weiß nicht, durch das Licht oder irgendwie so, sehe ich so richtig, ja, richtig jung aus, wie 17, wirklich. Ich habe gestern ja schon gestreamt und da hatte ich das dann schon gesehen. Wie geht's euch? Moin Necro, Moin YumYumNoodle, nicht mehr MK-Destroyer. Moin SkyLady, Moin Luke Ario. Schön, dass ihr alle schon da seid. Ja, und willkommen dann zu meiner zweiten Morning Show. Wer hätte das gedacht? Necro war erster. Natürlich. Ja, ich hoffe, ihr habt euch alle einen Kaffee geholt oder einen Tee oder für Necro eine heiße Cola. Mich ausschließlich von YumYumNoodle zu ernähren, das ist doch mal ein Vorsatz. Das kann ja nur richtig sein. Boah, Kaffee. So wichtig. Ja, ich wollte das dann auch so wie letzte Woche gestalten, dass ich anfangen so ein paar Sachen erzähle. Und dann, ich glaube, hier unten ist das Fach mit Thema, dass ich da dann ein Thema reinschreibe und wir darüber dann so ein bisschen reden. Ich mache gerade meinen Hasen nebenbei sauber. Du hast einen Hasen? Genau. Zwei Themen habe ich irgendwie so ein bisschen vorbereitet. Und dann wird auch heute der Gewinner der Snacker Verlosung gezogen. Ich bin 17 bin. Ich bin fast zehn Jahre alt. Oha. Zehn Jahre. Ist auch nur ganz schön alt für so ein Hasen, oder? Wir hatten auch immer viele Hasen gehabt und so. Im Durchschnitt wären die 11, 12. Ja, okay. Hasen, Meerschweinchen, Hamster. Hatten wir auch immer alles. Ja, gestern hatte ich hier eigentlich einen Termin mit einem Klempner gehabt. Habe mir deswegen einen freien Tag genommen. Also auf Stunden, keinen Urlaubstag. Und er sollte dann auch irgendwie so um halb 10, 10 vorbeikommen oder so. Ja, dann war es schon halb 10. Dann war es kurz vor 10. Ich denke, na, jedes Mal, wenn ein Auto hier vorbeifährt, denke ich, das ist er. Hier fallen ja nicht so viele Autos vorbei, deswegen kriegt man das mit. Und ja, irgendwann ruft er an. Ein Notfall ist reingekommen. Also unser Problem ist kein Notfall. Deswegen hat das die niedrigste Priorität oder irgendwie so. Und ja, Notfall reingekommen. Er schafft es nicht mehr. Also ein Termin für nächste Woche nochmal gemacht. Ruhigbar. Das hatte ich gestern schon im Stream erzählt. Es war alles schön und gut, dass ich jetzt einen freien Tag hatte. Aber trotzdem hätte ich gerne dieses Problem auch gelöst. Moin, Mr. Juschinski. Ja, weil du ja extra freigenommen hast. Genau. So. Genau. Ich sag ja, einen freien Tag. Ich hab's trotzdem genossen. Ich bin zu spät. Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin seit drei Minuten on oder so. Alles gut, Juschinski. Ja, ich sag ja, einen freien Tag kann man immer mal irgendwie haben. Aber eben, ich hätte auch gerne das Problem gelöst. Aber nein. Jetzt müssen wir das so machen, dass Scarlett sich für den Mittwoch irgendwie Homeoffice einträgt oder so. Und dann muss sie das machen. So ist das. Eigentlich hatte ich so als Anfangsgeschichte noch was anderes vorbereitet. Mal gucken, wie ihr das findet. Und, Mr. Juschinski, wie geht's? Wie steht's? Geht's dir schon besser? Seit gestern? Ich hoffe es. Ja? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau, ich war vor kurzem bei einem Arzt. Erstmal ist das ja seit diesem Jahr so, dass wenn du jetzt zu einem, ich sag mal, zu einem HNO-Arzt gehen möchtest und da Neupatient bist, musst du von deinem Hausarzt überwiesen werden und dann aber mit so einer Nummer, irgendwie, das ist jetzt neu. Und diese Nummer muss unbedingt auf diesen Überweisungsschein draufstehen. Mein Arzt wusste davon nichts. Die am Telefon hat mir das aber gesagt. Ich sag das meinem Arzt. Also nicht meinem Arzt, sondern die, 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 die. Na? Die am Anfang da sitzt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und die sagt wie eine Nummer und so. Haben sie die Nummer? Ich sag, ja, ich hab hier eine Nummer. Die soll dann mit drauf auf den Schein, sonst nehmen die mich nicht. Naja, wenn sie die Nummer haben, dann tragen sie die selber ein. Ich hatte es auf so einem gelben Post-it geschrieben. So, dann kriege ich meinen Überweisungsschein. Kriege die Nummer da draus. Gehe zum HNO-Arzt. Was ja, mein Problem war, ich habe auf dem linken Ohr so gut wie nichts mehr gehört. Das war Anfang des Jahres. Und ab und so ging es gar nicht mehr. Also ich musste immer so Druck ausüben. Das war ganz furchtbar. Und dann gehe ich zum HNO-Arzt, zeige denen das. Und die, nee, so kann ich sie nicht nehmen. Die Nummer muss da draufstehen. Und ich denke auch so, nee. Nee, aber ein bisschen diskutierter, weil ich sage, mein Arzt, der wusste davon nichts. Was soll ich machen? Ja, dann sagt sie, können sie nachreichen. Dann gibt sie mir nochmal so einen Ausdruck mit, von wegen, die Erklärung, wofür die Nummer ist und so. Und was weiß ich. Da geht es irgendwie um Geld. Dass die damit Geld verdienen, wenn die Nummer drauf ist. Und wegen Neupatienten irgendwas. Blabliblub. Ich meine, ich kann das ja auch verstehen, wenn es da irgendwie was Neues gibt. Dann haben sich die anderen gefälligst daran auch zu halten. Ich kann das schon verstehen. Naja, auf jeden Fall hat sie mich drangenommen. Und ja, ich gehe zum Arzt rein und zwar auch wie in so einem schlechten Sketch. Du sitzt da in diesem Wartezimmer, wo alle Leute irgendwie Ohren oder Nasenprobleme haben. So, und dann wird der Erste aufgerufen. Ich weiß, der Name ist nicht mehr. Ich sage einfach mal, Herr Müller. Alle sitzen da so. Herr Müller. Herr Müller. Hm? Ich? Ja, Herr Müller. Geht da los. Dann der Nächste. Ich sage, ich weiß jetzt keine Namen mehr. Herr Schmidt. Herr Schmidt. Wir waren jetzt immer voll mit Leuten, die nichts hören. Die werden dann ausgerufen. Oh, herrlich. Ich dachte echt, ich bin hier in so einem Sketch gelandet. Naja, ich komme rein und mein Problem war, ich hatte das irgendwann mal. Das ist schon Jahre her. Da war ich mit meiner Familie in Dänemark. Da bin ich in den Pool gesprungen. Und dann hatte ich das auf einmal so, dass das so, das klang oder das wirkte so wie Wasser im Ohr. Und muss auch bald zum Ohrenarzt. Ja, bloß nicht zu lange warten. Ich habe damit zu lange gewartet. Und das war dann so, ja, dann habe ich so rumgefummelt, war es irgendwann weg. So, und dann, weiß ich nicht, kam das immer mal, mal wieder, dann war es mal wieder weg und so. Und es wirkte immer so, als ob man Wasser im Ohr hätte. Und wenn ich zum Beispiel darauf gelegen habe und dann auch so drauf gepennt habe oder so, bin ich morgens aufgewacht und dann war das so, oh shit, ich habe da wieder irgendwie was. Und ohne Witz, ich bin damit wahrscheinlich schon jahrelang rumgelaufen und... Und genau das war nämlich auch mein Problem. Es war einfach verstopft. Und er guckt rein und sagt, ja, das ist zu. Höchstwahrscheinlich war dann damals der Sprung in den Pool einfach nur der, der... Ja, wie sagt man? Das, was zu viel war, dass dann eben das einmal sich nach hinten gedrückt hat oder irgendwie so. Also, keine Ahnung. Und dann war es ab und zu mal wieder auf und... Aber so nach der Zeit hat sich das eben immer wieder verstopft und keine Ahnung. Dann sagt er, ja, müssen wir ausspülen. Ja, dann gibt er mir so ein Ding, was ich mir hier so unterhalten soll. Und... Er fängt an damit, Wasser reinzuschießen. War ein bisschen unangenehm. Aber weil ich darauf ja auch schon so, wie gesagt, so gut wie nichts mehr gehört habe, war das eigentlich angenehm. So, weil... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so wenn irgendwas, wie gesagt, irgendwas unangenehm ist. Aber du merkst ja, dass es dir hilft in dem Moment. So, dann... Keine Ahnung, sage ich mal, du hast einen Splitter. Und natürlich, dann weiß ich nicht, dann macht man da irgendwie eine Wunde auf oder irgendwie so und pult da drin rum. Aber wenn das Ding erstmal draußen ist, dann ist das so erleichternd. Und so, und... Das war das eben auch so. Das war zwar unangenehm. Und... Ja, er musste dann noch einmal irgendwie, ich weiß nicht, ob er gesaugt oder gepustet hat oder so. Und dann noch ein zweites Mal spülen. Und dann dachte er, jo, ist frei. So, ich natürlich... Ich halte so dieses Ding. Und ich konnte es mir nicht nehmen, da nochmal so reinzugucken. Das war widerlich. Genau, und jetzt kommt's. Auf einmal merke ich wieder, wie das so frei ist. Und... Ey, ohne Witz. Jetzt überdenke ich auch mein ganzes Leben, ne? Weil, wie gesagt, es ist schon Jahre her, dass ich das hatte. Das ist bestimmt fast zehn Jahre oder irgendwie so. Zehn? Ja, doch, mindestens. Seit über zehn Jahren laufe ich mit diesem Problem rum. Und... Jetzt ist das so... Ich muss da jedes halbe Jahr hinten, okay? Dann hast du ja auch irgendwie was... Dann hast du es ja, glaube ich, ein bisschen schlimmer, oder? Ja, mit den Ohren. Ne, und jetzt zum Beispiel auch, wenn ich... Ähm, wenn ich unten irgendwie... Was gucke auf dem Fernseher. Musst du sonst immer so auf 15 oder so. Ich sag mal, die Lautstärke 15. Okay. Früher nie, jetzt aber erst. Jetzt habe ich die Lautstärke nur noch so auf 11, 12. Und... Auch so allgemein. Ich habe damals auch immer schon so viel falsch verstanden. Keine Ahnung, wenn mir einer gesagt hat, ja, hier, wir warten. Ich sag, hä, was? Piraten? So, und ich habe echt Probleme mit den Ohren gehabt. Ich glaube, das ist alles nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, wie gesagt, jetzt... Jetzt höre ich mir auch noch mal jeden Song an, den ich je gehört habe. Vielleicht mag ich ja doch bestimmte Musikrichtungen oder irgendwie so. Piraten. Das war ein Beispiel so. Ich weiß, dass ich damals das wirklich einmal gesagt habe zu meiner Ex. Was macht Piraten? Nein, wir warten. Sie sagt... Hat sie mal gesagt, logischer Zusammenhang. Weil das, was ich verstanden habe, manchmal eben auch keinen Sinn hatte mit dem, was wir vorgeredet haben oder so. Ach, wie gesagt, das habe ich echt lange schon. Ach ja, das so zum kleinen... So ein bisschen zum Reinkommen. Dachte ich, so eine kleine... So eine Story. Und heute das Thema... Ich weiß nicht, ob man das schon sieht, aber an meiner Käppi zum Beispiel oder an meinem Blower. Als Thema heute wollte ich allgemein das Thema... Nintendo nehmen. Und... eine erste Konsole. Nintendo? Genau, weil die Themen hängen bei mir auch ein bisschen zusammen. Da fängt jetzt einer draußen an zu flexen. Äh, Leute? Wer arbeitet da jetzt draußen? Ey, sorry. Das... Kann man das bitte in einer Stunde machen? So geht das nicht. Genau, ich glaube, so übersetzt bedeutet Nintendo so viel wie... Ähm... Liegt das Glück in... Gottes Hände? Oder so? Oder das... Na komm, das interessiert mich jetzt auch nochmal. Liege das Glück in die Hände des Himmels. Ah. Lege das Glück in die Hände des Himmels. Vollkommen richtig, Juszynski. Die haben angefangen mit Spielkarten. Bis... Ähm... Shigeru Miyamoto irgendwann angefangen hat, ein Videospiel zu machen. Zu wenig Content? Ne, das heißt es heutzutage. Damals noch nicht. Ne, aber man muss aber auch sagen, wenn Nintendo mal was rausbringt, ist das meistens geil. Zu... Über 50%. Über 50%. Jetzt warten natürlich alle hier auf Advanced Warfare. Aber... Das finde ich halt auch so krass bei Nintendo, dass die einfach sagen... Nö. Zur Zeit ist Krieg und dann bringen wir kein Kriegsspiel raus. Dass man überhaupt in so einer... Na in so einer Position ist, einfach zu sagen, ein Spiel, worauf alle warten, sagen die... Nö. So nicht, Freunde. Finde ich... Das ist schon... Das ist schon ganz schön stark. Und dieses Jahr sollte ja eigentlich auch das neue Zelda kommen. Tears of the Kingdom. Gibt halt Ausnahmen wie Game Freak. Vollkommen richtig. Pupur und Karmesin soll ja allergrößte Rotze sein. Ich glaube hier mein Bruder, hier Mike, hat das schon durchgespielt. Der hat das noch nicht mal einen Monat vor einem Monat bekommen. Einfach schon durch. Er sagt, das ist so easy. Ich kann das mittlerweile speedrunnen. Und was ich also auch so krass finde, dass die wollten das neue Zelda ja eigentlich letztes Jahr rausbringen. Nur da kam Elden Ring und dann sehen sie so, ach du Scheiße, was ist das denn für eine Open World? Ich glaube, wir basteln noch mal ein bisschen da dran. Wir programmieren doch noch mal weiter. Und das finde ich eigentlich auch... Also, ich bin auch der Meinung, dann programmiert lieber noch ein bisschen und gibt mir dann was richtig geiles, weißt du. So, ich fand Breath of the Wild nicht schlecht, aber ich mochte früher diese großen Dungeons und so, weißt du. Und ich hoffe, dass das bei dem Spiel jetzt wieder mit drin ist. Ja, die sollten wirklich tatsächlich März, April oder irgendwie so sollte Zelda rauskommen und nach Elden Ring Release, so eine Woche danach, haben sie das auf einmal schon verschoben. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber ich habe das so bei einigen Gameshows gehört. Also wiederum hat sich ja Elden Ring wohl an Breath of the Wild orientiert, also nicht direkt 1 zu 1 orientiert, aber so an dieser Open World. Moin, Yeskalation! Guten Morgen, wie geht's, wie steht's? dass einfach alle von dieser Open World schwärmen, so von wegen du, du hast kein Marker, sondern du setzt selber deine Marker und du gehst selber einfach mal los und erkundest und sowas hat ja Elden Ring auch, also Elden Ring hat sich da dementsprechend daran orientiert und jetzt orientieren sie sich wieder anders herum und so. Aber ich finde das ja nicht schlecht, wenn man sich an guten Spielen orientiert und es einfach auch gut macht. Alles paletti und selbst auch alles paletti. Habt hier meinen Nintendo Becher schön mit Kaffee gefüllt, besser kann es nicht sein. Genau, heute das Thema Nintendo und meine erste Konsole. Was das alles noch so auf sich hat, kommen wir später zu. Genau, ich will allgemein so ein bisschen über Nintendo reden, weil ich finde, das ist eine super starke Marke. Was wir eben schon gesagt haben, selten enttäuscht. Man wird wirklich selten enttäuscht davon. Gameway Advance, Gameway Advance. und die Switch, das ganze Ding, das ganze Programm, nicht schlecht. Also jetzt, um das mal abzuschließen, man weiß nicht genau, ob die Verschiebung von dem Zelda an Elden Ring lag. es lässt sich nur vermuten. Es lässt sich nur vermuten. So, und das habe ich, wie gesagt, auch so bei anderen Game Shows gehört und so, sonst hätte ich es jetzt hier gar nicht erwähnt. Weil ich ja auch kein Gaming Journalist bin oder irgendwie so, und der da so tief in der Materie steckt, aber ich habe das eben so aufgeschnappt und genau, Nintendo. Ich, wie gesagt, ich liebe diese Marke. War schon immer Fan davon und freue mich auch dieses Jahr auf den Mario-Film. So Bock drauf. Ich gucke echt selten Filme. Ich bin nicht so der, der, also damals, so in meiner Jugend, war ich ein richtiger Filme-Nerd. Bin echt oft ins Kino gegangen und so und das ist alles gar nicht mehr so. Also, wenn mal eine Serie, wenn die mich irgendwie interessiert, aber das ist auch selten. Und zum Beispiel ja, Fernsehen gucke ich ja gar nicht mehr. Wir haben hier nicht mal Fernsehanschluss in unserem Haus. Ich will auch die, die Satellitenschüsseln draußen will ich alles abbauen. Weil wir die einfach nicht brauchen. So, wir gucken einfach kein Fernsehen. Wenn dann mal irgendwie was auf Netflix oder so oder YouTube. und genau, dann, wie gesagt, ab und zu mal eine Serie. Ich glaube, die letzte, die ich jetzt geguckt habe, war hier Wednesday. Einfach nur, weil ich früher Addams Family geliebt habe. habe ich auch gerade, was das war. Vielleicht war das ja aber auch der Snagger. Ich hatte ja eigentlich gedacht, die kommen letzte Woche. die haben abbauen gehört. Das war der Snagger tatsächlich. Ja, wie geil. Dann können wir den ja heute sogar richtig vorführen hier. Geiles Ding. Wieso schicken die den so? Dachte, die schicken den mit der Post. Die haben den gestern losgeschickt. oder vorgestern. Genau, weil das machen wir heute auch noch. Gewinner der Verlosung. Also, wer noch mitmachen möchte, kann jetzt immer noch Ausrufezeichen Verlosung reinhauen. Und mitmachen. So, genau. Nintendo. Ich gucke kaum Filme. Genau, wenn mal so. Das letzte Mal im Kino war ich, glaube ich, bei Meisterdetektiv Pikachu. Und den fand ich zum Beispiel auch richtig gut. Den habe ich danach auch noch irgendwie ein, zwei Mal geguckt. Den fand ich richtig lustig. Und wenn der Mario-Film auch so in die Art von Humor geht, also, das ist so ein eben so Familienfilm, dass eben Kinder und auch Erwachsene was damit anfangen können. Supergeil. Supergeil. Genau, mit Nintendo fing auch so mein ganzes Daddeln an. Ganz früher hat meine, also meine Mutter und mein Vater haben auch immer viel gezockt. Wir haben tatsächlich, ähm, also mein Vater war auch schon einer der Ersten, die hier, ähm, Pong hatten. Kennt ihr das noch? Hat das nichts mit Nintendo zu tun, sondern Atari? Oder so? Ach, das Spiel war witzig. Ja, er hatte sogar so eine Folien für den Fernseher, weißt du? Dass das dann aussah wie, weiß ich nicht, wie ein Tennisplatz oder wie ein Fußballplatz oder so. Und dann waren das angeblich andere Spiele. Nee, und meine Mutter war immer schon so Nintendo-begeistert. So, die hatte dann auch den alten NES und den Gameboy. Moinsen, Maverick! Guten Morgen! Schön, dich zu sehen. Wie geht's? Wie steht's? Ja, und dann, ähm, genau, meine Mutter war immer schon so Nintendo-begeistert, hatte ein Gameboy, hatte ein NES. Und die hat mir zum Beispiel ganz früh schon Tetris beigebracht. Ganz gut soweit und selbst auch super. Supi-dubi. Irgendwann habe ich dann auch zum Geburtstag meinen ersten Gameboy dann bekommen mit Tetris drin. Und ich weiß das ganz genau noch, wie wir dann auf dem Sofa da in der Ecke saßen, weil da das Licht war. Weil du konntest Gameboy ja nicht im Dunkeln spielen. Das hatte ja kein Licht drin. Und dann Solar Striker und Tetris und, ja, ich glaube, zu meinem fünften Geburtstag oder so habe ich dann einen Fahrradhelm bekommen und Kirby's Dreamland. Und Kirby's Dreamland hatte ich relativ schnell durchgespielt auf dem Gameboy. Fahrradfahren konnte ich erst irgendwie fünf Jahre danach oder so. Nein, 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 nein. Die ersten Konsolen, sag ich mal, die man... Ja, weiß ich nicht. Also es gab ja noch hier den Atari und den C64 und ach, weiß ich, was es alles gab. Das gab es alles schon vorher. Ja, sowas zum Beispiel. Das ist jetzt eine Mini-Konsole wiederum. Moin, Kane! Ich ärgere mich, dass ich den 64 nicht mehr habe. Oha, ja, das stimmt. Ne, und hier sind dann so Spiele drauf wie Astroblast, Asteroids. Genau, hier Frogger und sowas. Das waren ja alles noch viel, viel ältere Spiele, bevor Nintendo überhaupt Konsolen gemacht hatte. Das sind doch mal Controller. Ah, der hat leider keinen HDMI-Anschluss. Sonst hätte ich gesagt, sonst knipse ich den mal an, aber... Das kann ich dann hier nicht captchern. Also so herum auch, ne? Hier, der... So rum. Ach, ja. Eieieiei. Los, schnell wieder einpacken. Sonst kriege ich gleich Bock auf das Ding. Ne, genau. Meine Mutter hat auf dem alten Nintendo schön Tetris beigebracht. Und es gab damals so ein Spiel für den NES. Da war Tetris drauf. Mario Bros. Und World Cup Soccer. Oh, jetzt haben wir was ins Auge gedrückt. Jetzt ist er auch wach. Ja, wie geht's? Wie steht's, Kane? Genau, Tetris. Und das finde ich ja auch so stark, ne? Dass ich einfach mal... Also, dass Tetris eines der ersten Spiele war, die ich sozusagen gelernt habe. Und ich spiele es immer noch. War die Tetris 99 Variante, also gegen andere. Oder Tetris Effect oder so. Aber trotzdem spiele ich dieses Spiel immer noch. Und das hat schon echt was zu bedeuten, oder? Dass man ein Spiel irgendwie... Guck mal, das sind jetzt fast 30 Jahre, wo ich das Spiel schon spiele. Das macht mir immer noch Spaß. Und vor allem bei Tetris 99 nehme ich dann auch schön den Retro... Das Retro-Design mit alter Mucke und alten Design und so. Und... Oh, ehrlich. Beim Dunnel war echt schon immer so, dass ich da irgendwie mehr Interesse hatte als an anderen Sachen. Kirby's Dreamland noch vorher durchgeschrieben, bevor ich Fahrrad fahren konnte, ey. Ich fand aber, Kirby's Dreamland war auch genau richtig für den Gameboy als junger Bursche, der gerade lernt, so wie Jump'n'Runs funktionieren und so. Weil du konntest immer schön noch fliegen und so. Du konntest dich immer schön... Ja, du konntest schön langsames Tempo, weißt du so. Da gab es auch nicht, wie bei Mario, diesen Zeitfaktor. Genau. Und... Ach, ich weiß noch, wie ich dann auch so... Also, das Ding ist, wir hatten... Dein liebstes N64-Spiel war Banjo, auch sehr geil, ja. Sehr geiles Spiel, Banjo-Kazooie. Das Ding war auch so, wir hatten... Wie gesagt, mein Vater hat auch gezockt, meine Mutter hat gezockt, ich habe zwei Brüder. Mein kleiner Bruder konnte zu der Zeit noch nicht, zu dem Moment noch nicht zocken, weil er Baby war. Aber an sich, wir waren alle immer am Zocken. Und dann war es auch wirklich so, dass das so ein Familien-Ding war, ne. Dass man sich da zusammen hingesetzt hat und zusammen gespielt hat. So, nimm mal Mario Bros oder sowas, denn... Man hat sich gegenseitig angefeuert und so. Und wenn einer irgendwo in ein Loch gefallen ist, dann hat er abgegeben. So, das war bei uns ganz normal. Und deswegen verstehe ich das auch nicht, dass meine Mutter damit irgendwann aufgehört hat. Obwohl noch bis Wii Bowling hat sie eigentlich noch gezockt. Wii Bowling, da war sie richtig gut drin. Und ich glaube, jetzt zockt sie immer noch so ein paar Sachen am Handy eher. Ich glaube, sowas macht sie jetzt eher. Wii Sports, ja. Ja, genau. Bowling war ja nur ein Teil von Wii Sports, genau. Und... Genau, das bedeutet aber auch, dass diese Konsole nie mir alleine gehörte, ne. Wir hatten ein NES. Und der war eben dann für alle da. Und... Genau, man... Ich... Ja, weiß ich auch nicht. Dann gab es ja irgendwann den Super Nintendo mit Mario World und Mario All Stars. Sozusagen ja das erste Remake von einem Mario-Spiel ja wieder, ne. Und... Moin, Fahrzeug-Liebhaber. Wie geht's, wie steht's. Ähm... Ja, mit diesem Remake, das hat mir damals echt den... Den, äh... Schädel explodiert. Also... Ich dachte mir, oh mein Gott, was für eine hammergeile Grafik, Alter. Das ist doch jetzt Realisten-Muss-Buh. Hab mir damals als Kind sogar immer den Wecker gestellt, um vor der Schule noch zu zocken. Geil. Sehr geil, echt. Das war echt wichtig, ne. Dass man da noch mal echt noch mal vorher ein bisschen zackt. Alles fresh in den Motoren. Und bei dir... Sehr gut. Ja, auch alles supi. Alles supi-dubi. Danke der Nachfrage. Genau, da bin ich auch gerade beim Erzählen. Beim Super Nintendo. Der gehörte allerdings auch nicht mir alleine. Den habe ich auch mit meinem großen Bruder geteilt. Ja, konnte mein kleiner Bruder da schon zocken? Ich glaube, der hat schon zugeguckt. Aber so richtig gezockt selber hat er nicht. Ähm... Genau, dann mit Super Mario World. Den, äh... Mario All-Stars. Wie gesagt, diesen Remake. Und... Was dann noch später rauskam. Donkey Kong. Oh mein Gott. Eines der besten... Äh... Videospiel... Äh... Musik. Beste Grafik. So ein geiles Jump'n'Run. Also das war... Das ist sofort eines meiner Lieblingsspiele geworden. Sofort. Den dritten Teil damals, also den zweiten Teil habe ich natürlich auch gezockt. Aber den dritten Teil habe ich irgendwann mal zu Weihnachten bekommen. Ich habe nicht mehr ausgemacht. Ich fand das so geil. Ich habe... Meine Mutter... Ich habe meiner Mutter gesagt, ich gehe ins Bett. Habe ich aber gar nicht gemacht. Ich habe schön die Nacht durchgezockt. Oh mein Gott, ey. Da habe ich dann auch wieder gedacht. Was soll grafisch jetzt noch passieren? Das ist doch das Nonplusultra. Was geht? Natürlich Quatsch. Wenn man heutzutage so guckt. Da hat sich noch einiges getan. Nee, wirklich. Ich dachte damals, wow. Ich habe Donkey Kong 3 und Petrus Attack bekommen. Denken viele auch noch heute. Ja, absolut. Da spielt man so ein God of War. Oder auch hier Plague Tale habe ich jetzt gespielt. So gute Grafik. Ey, wow. Echt. Jedes Mal, wenn ich das mit Scarlet gespielt habe. Und wir irgendwo längst gegangen sind. Ich sage, guck dir das mal an. Guck dir mal an, wie man... Wenn man so in die Ferne schaut und so. Ich denke, wie gut sieht das denn aus? Ja. Aber es wird noch besser. Höchstwahrscheinlich wird es noch besser. Die haben ja erst angefangen mit der 5 Spiele zu entwickeln. Gucken wir mal in ein, zwei Jahren. Genau. Was dann aber kam. Also Playstation 1 hatte dann sich mein großer Bruder gekauft. Der war davon... Das war dann seine eigene Konsole auch. Und ich durfte mal mitspielen. Aber das war dann auch so Spiele, die ich irgendwie auch gar nicht so richtig konnte. Sowas wie Resident Evil oder irgendwie so. Oder Final Fantasy 7. Heutzutage zwei meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich konnte es damals einfach noch nicht selber so spielen. Das war für mich irgendwie zu komplex oder so. Ich weiß das nicht, was da bei mir schief gelaufen ist. Und auch sowas wie Resident Evil 1 mit den Rätseln und so. Das war auch... Wie lange man davor saß. Und... Oh, einen Punkt habe ich noch vergessen. Für den Super Nintendo. Super Nintendo hat auch meine Fighting Game... Leidenschaft hervorgerufen. Nämlich mit Street Fighter 2 und Mortal Kombat 1. Das waren auch Sachen. Eieieiei. Das darf natürlich nicht vergessen werden. Das waren zwei Spiele, die mich sehr geprägt haben. Und... Genau, Playstation 1. Auch dann mit Tekken und so. Tekken und Resident Evil. Auch mit Resident Evil 2 danach. Oh mein Gott. Da dachte ich auch, es kann nicht besser werden. Habe ich sehr oft in meinem Leben gedacht. Jetzt sind wir ganz oben angekommen. Besser kann es nicht werden. Und es wurde doch jedes Mal besser. Ne, und dann... Wann war das? 97? 96? 96, 97? Und... Vor allem 96 habe ich Resident Evil mit zugeguckt. Da war ich 8. Natürlich konnte ich das Spiel nicht selber spielen. Aber da hat meine Mutter das auch noch nicht so gesehen. So von wegen, das Spiel ist ab 18 oder irgendwie so. Na ja, auf jeden Fall kam dann... Zu meinem Geburtstag... Ich weiß nicht, war das 96 oder 97? Und da kam dann dieses Baby hier. Der Nintendo 64. Oh mein Gott. Was für ein geiles Ding. Weiß nicht, was hier ist. Meine erste eigene Konsole. Jetzt mal Gameboy und so ausgeschlossen. Das Ding gehörte nur mir. Meine ersten zwei Spiele Wave Race und Mario Kart. Und... Ach, das war unfassbar gut einfach. Unfassbar gut. Ich habe dieses Ding geliebt. Und vor allem, weil, wie gesagt, es gehörte nur mir. Vorher die Konsolen, die habe ich immer geteilt. Und... Ja, dadurch... Man hatte zwar immer seine Zeit an den Konsolen, aber... Die hier gehörte nur mir. Also das war so... Das war irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie nochmal besonders. Und auch hier vier Controller direkt anschließen. Wie gesagt, ich habe viel mit meiner Familie zusammengezockt. Und das war einfach der Knaller. Ich hatte, glaube ich, zum Geburtstag noch einen zweiten Controller bekommen. Und daraufhin zu Weihnachten habe ich dann auch nochmal zwei bekommen. Das war dann... Dann hatten wir auch alle vier. Ach ja. Und die hielten immer nicht lang. Durch dieses... Gedrehe. Ah, herrlich. Echt. GoldenEye. Endlich vom... vom Index runter. Kommt jetzt ja auch auf den... N64-Emulator für die Switch. Da freut mich drauf. Das werde ich auch hier schön im Stream zocken. Genau, und jetzt kommt auch noch was Geiles. Ich glaube, wir haben noch den hier. Hier war ja so ein... so ein Package drin. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ein Remake kam damals schon für die Wii. Aber kann sein, dass sie noch mal ein richtiges Remake machen wollen, ja. So, irgendwie war das auf jeden Fall hier mit dem Speicher selber. Aber ich weiß schon, ich kriege das schon gar nicht mehr genau hin. Auf jeden Fall hatte ich ja dann auch Donkey Kong 64. Und das hat nur mit dem Ding hier funktioniert. Dem... Steht es noch drauf? Genau. Memory Expensive Pack. Moin, Didi. Genau, das Expensive Pack. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Servus, Didi. Wie geht's, wie steht's? Ach. Genau, Majora's Mask lief auch nur mit Expensive Pack. Vollkommen richtig. Ne, hab ich irgendwo in die Kartons leider. Hab das goldene Modul natürlich auch noch hier liegen. So, ich müsste mir eigentlich gleich mal einen zweiten Kaffee holen. Okay, aber vorher zeige ich noch mal was. Auch wegen Thema Game Boy. Also, man muss ja schon sagen, Nintendo hatte schon immer geile Ideen. Nicht alle, nicht jede Idee war Gold wert. Aber die hatten schon abgefahrene Ideen. Wie dieses Ding hier. Die Game Boy Kamera. Ich hab jetzt hier gerade nur so einen Game Boy Color. Ich hab den anderen Gamer irgendwie jetzt nicht da. Der kommt echt einfach hier rein. Und dann konntest du Fotos von dir machen. Das dann auch in Spiele so mit einbauen. Und du konntest dann eben auch Fotos von anderen machen. Wenn du das einfach umdrehst. Überleg mal, die hatten echt schon die Idee, was Jahre später jedes Handy hatte. Und jetzt kommt's. Du hattest ja dann auch hier ein Link-Kabel konntest du anschließen. Dann konntest du den hier anschließen. den Game Boy Printer. Na, wär's da nochmal scharf? Game Boy Printer. Und dann konntest du diese Bilder ausdrucken. Auf so kleine Bildchen. Leider hab ich dafür echt keine keine Rollen mehr. Oder irgendwie so. Also ich würd gern auch mal hier so im Stream mal ein Foto machen. Oder so. Und das dann drucken. Irgendwie. Aber Und ich bräuchte dann ja auch irgendwie, weiß ich nicht, 25 Batterien dafür oder so. Meine Konsolen. NES, super. Ah, okay. Von Nintendo auf Playstation und von Playstation auf Xbox. Abgefahren. Sechs Batterien. Sechs Stück. Nintendo, was geht ab bei euch? Die hatten doch irgendwie einen Vertrag mit irgendeiner Batteriefirma, oder? Okay. Dann sag ich mal bis gleich. Holt euch auch irgendwie noch einen Kaffee oder ein Heißgetränk euer Wahl. Je nachdem, was ihr so mögt. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ich bin Kaffee geholt. Und Es ist angekommen. Der Snagger. So kommt das dann hier an. Genau, das hier ist der Graue. Den gibt es jetzt gleich zur Verlosung. Zusammen natürlich mit der Packung Nick Nacks. So, und Dann habe ich hier tatsächlich noch zwei. So. Dann wollen wir mal gleich alle Namen hier notieren. So sehen die dann aus. So sehen die dann aus. Ich kann hier oben auf. Hier aufmachen. Hier kommen die Snacks rein. Und dann einfach. Da rollen die dann durch. Und das Geile ist, du kannst deinen Controller in der Hand haben. Brauchst nicht irgendwo reingreifen und dann wieder. Und dann hast du hier alles verschmiert. Gerade so bei weißen Controllern ist natürlich nicht so geil. Einfach. Und weiter zocken. So. Snagger und Nick Nacks. Bin ganz aufgeregt, ey. Der wird es sein. Der wird es sein. Haben wir irgendwie einen Trommelwirbel oder so? Ich schwitze am ganzen Körper. Ich schwitze am ganzen Körper. Na gut. Resus. Glückwunsch. Das schicke ich auch nachher nochmal ins Discord. Ganz ehrlich. Hat er auch verdient. Hat er auch verdient. Nicht, dass die anderen das nicht verdient hätten, aber. Doch. Der ist ein guter. Wenn ich nochmal einen verlose. Dann ist Resus natürlich raus aus der Nummer. Ich habe bei sowas nie Glück. Nicht, kann ich sagen. Glück. Du musst dann nur einmal hier zum. Zum Feuerband schreien und einmal ein bisschen auf Glücks gehen. Oh. Hab ich nicht mitbekommen. Packt. Ich war hier auf einer anderen Seite. Hey, ich danke dir für die 5 Bits. Vielen lieben Dank. Ein Super Mario mit Good Morning drüber. Ich habe mir extra den hier noch genommen. Ich muss auf jeden Fall gleich noch einen dritten Kaffee holen. Ach genau. Ach genau. Ich habe noch mal vom Betrunkene Nahtoderfahrungen. Ei, 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 ei. What? Das als Thema? Ey, wenn du was dazu erzählen kannst, gerne. Aber ich glaube, ich bin noch nie betrunken. Betrunkene Nahtoderfahrungen. Wie komme ich denn jetzt gerade auf Auto fahren? Irgendwie dachte ich jetzt, betrunken Auto gefahren. Aber betrunken war ich auch schon mal. Aber eine Nahtoderfahrung habe ich, glaube ich, nicht gehabt. Oha. Also betrunkene Erfahrungen hätte ich auch. Aber Nahtoderfahrungen, das ist schon heftig. Ähm, ich werde mir jetzt einen Kaffee holen. Und ja, dann ein bisschen Far Cry, oder? Was sagt ihr? Dann erzähle ich auch noch mal von einem anderen Spiel, was ich gespielt habe, mit Skala zusammen. Was ziemlich gut war. Das war wirklich ziemlich, ziemlich gut. Aber trotzdem noch mal, ich fand das Thema heute super geil. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Erste Konsole, Nintendo und so. Finde ich super geil. Immer wieder gerne. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche läuft mit dem anderen Thema. Ja, interessiert mich auch einfach mega, was so von den Leuten die ersten Konsolen waren und so. Und wie man irgendwie zum Gaming gekommen ist und so. Ich finde das immer alles super interessant. Alles klar. Dann sage ich mal bis gleich. Zu einer Runde Far Cry. Und einem Kaffee und einer leeren Blase. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao. Abi. Olga. Grupo. Agur. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.